Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online! Besonders Let's Yo-Kai! Hallo! Für mich ist es mein 30er Grad und ich gebe jetzt das Ende von Staffel 1 von Splatoon. In der 2. Staffel werde ich dann alle Waffen nacheinander spielen auf einem anderen Account. Und wenn euch das gefällt könnt ihr natürlich einen Baum bei lassen. Und ich würde mich natürlich freuen. Bei Let's Play Nest natürlich auch. Also das ist eine Frage. Wir spielen jetzt Standard-Kampf zusammen. Haben sie leider nicht im Team. Ich muss noch einen kleinen Text abgeben. Also einmal zum Streamen und einmal wegen meiner Abonnentenanzahl. Also ich danke euch recht herzlich. Ich bedanke mich bei euch, da ich endlich die 70 Abonnenten erreicht habe. Und ich freue mich schon, wenn wir schon bald die 100 Feuer haben. Ja. Und wegen einem Stream. Mein PC hat keinen Bock auf mich gehabt. Ja, weil Baum anscheinend. Jetzt macht er wieder und ich kann mit hier unseren Let's Yo-Kai skypen. Ja. Genau. Und warum werde ich immer von dieser Scheiß-Nutte wegge-Snipe. Achso. Cool gemacht. Du hast ihn ermordet. Ich? Nein. Mein Teamkommarat. Ich wüsste nicht, dass du gutes wirst. Ich wüsste nicht, dass du gutes wirst. Ich wüsste nicht, dass du gutes wirst. Dieser blöde... Dieser blöde Sniper-Sohn. Komm! Ein kill! Ja! Das ist, ein kill habe ich! Nein! Kannst du mich nicht mehr! Naaahhhh! Äahhh!! Und Naaahhh! Ich werde über diesen Part keinen Speed-Ult machen. Und damit solltet ihr euch zufriedengeben! Sonst kriege ich noch einen Schreianfall. Und vielleicht wird es heute ein Doppel-Part fair. weil ich werde heute kein Maremecker aufnehmen. Weil ich will erst aufnehmen, wenn ich genügend irgendwelche Level-IDs habe. Also mit denen ich... Wir haben den nächsten Part, können wir dann auch gleich als Staffel Anfangs in meiner neuen Staffel sehen. Und von dir einfach als neue Parts. Ich glaube schon... Ich denke, dass man neue Part auskommt, weil ich den neu aufkommt... ...mare ohne aus. Oh mein! Hä? Ich hab mich'n Ding gekillt! Ooooooooh! Geil! Da will ich mitfahren! Will mit Autofahren! Geh doch da hin! Ich hab keine Toe! ich hätte das ist doch verdammte scheiße noch recht gut hier gut ja echt erfolgreicher Kampf hab ich mir eh bald kurz ein Level ab und da freue ich mich ja ja ok das nervt eben dass du selber merkst als mehr ist ja ganz was Neues ja so es geht weiter und wir sind wieder da ist ja ganz was Neues diesmal auf dem Kofferfischladen ich packe euch ja eh immer in die Videobeschreibung ja ebenfalls ähm trage ich es noch nach und da packe ich euch ja immer die Ids an da könnt ihr mir gerne Freunde von Fragen schicken da oh Mami nein oh hatte ich eben ich war eben verschwindelig vor Angst ganz im Ernst so eine Erklärung ich will nicht dass du mich hier abschieß ohne Grund wirklich ohne Grund wirklich ohne Grund naja ich den einfach nicht erwische die sterben und so nein so werde ich mir auch nicht ich werde es nicht so wieder versuchen mit dem Stream aber entschuldigt dass ich werde aber bald zu den 100 Abonnenten kommen und es freut mich so so la 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 und es freut mich glücklich so la 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 du übersiest mich einfach so stumm du kommst von hinten du Arschgeige das ist kein Squiddancing ich zeig gleich wie Squiddancing geht alter ich komme dumpf ehrlich wo bist du? komm schon in der Maus Arschgeige alter die Regeln sind da so lang ins Platoon die Regeln sind da so lang ins Platoon die Regeln sind da so lang ins Platoon oh man ich hasse diese ich hab dich einfach gewonnen hättet ich hasse diese scheiß Camper ey wie die immer erschienen nicht ok ganz die Dinge ist ja ganz was Neues HÄH wie wie bitte denn es ist doch voll das Ding ist so schön ich werde es ausm Fenster werfen ich werde die cd-z brechen ausm Fenster werfen wie heftig es gemacht hat das ist ja ganz was Neues das ist doch von dem Scheiß und dieses Match haben wir gewonnen das letzte Match findet aus dem man Krillenbruch statt ja es gab eine neue Ausgabe der Nachrichten feier ja es waren noch nur 2 Runden ich denke wir machen mal 4 Runden weil es ja schon ein Vorfall mit der Kamera also wo ich zu dumm dazu war und auf dem Aufnahmeknopf zu drücken waren es noch 4 Matchs nee lass uns einfach trotzdem nur noch 3 machen weil wir wollen ja unseren 2. Part aufnehmen also ich würd noch gerne bisschen länger aufnehmen also jetzt für diesen Part weil ja das war schon scheiße als ich dass der Stream schon abgebrochen wurde deswegen wollte ich den jetzt so also das was wir heute 2 sollten also also ich eine Runde wollte ich ja noch weiter aufnehmen eigentlich generell also 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 so ja nett ist das man die Vögel die immer rumfliegen abschießen können ist das nicht nur so in Rohrinse Natinus was überall wo Vögel sind die man erreicht ok ok doch aber momentan erreiche ich keinen anderen zu blöd dazu oder was du blöder zu du blöder was haben wir denn für Probleme ganz ehrlich ganz ehrlich boah das ist ein scheiß Bastard was soll ich sagen warum ich eigentlich die Väterunde machen will weil weil ich eigentlich weil ich bei den Muränen-Türen weitermachen will das habe ich jetzt in seinem dritten Part nicht mehr das habe ich jetzt in seinem dritten Part nicht mehr Spast Spast dieser blöde ist das ein Klotzer? oh da macht er dann Squiddancing was ist denn hier los? cool aber behe ich mich doch nicht über Augen dieser Kleiner da machen wir noch Squiddancing was ist denn mit dem los? und nein das ist nicht das bist nicht du oh man das war's schau wir sehen uns im nächsten Part bis dann und tschau Leute haben wir jetzt verschissen? nee den Kampf haben wir gewonnen yeah weil ich will diesen Part eigentlich wollte ich diesen Part eigentlich noch ein Level abkriegen aber ich glaube nicht dass es noch der Fall sein wird mal schauen erst mal NEIN um 200 Punkte hast du beendet? ja ok ich hole jetzt noch den nächsten offscreen nach dann sehen wir uns beim nächsten Part also bis gleich und tschüss bis gleich bis gleich